So, jetzt bin ich aber ein bisschen fertig am Ende. So, Rick and Morty. Quatsch, äh, Rick. Dom and Morty. Jetzt sind sie verrutscht, Lul. So, jetzt können sie aber... Oh, oh, warte mal. Ach, jetzt... Jetzt bin ich ja an einem neuen Abschnitt. Da kann ich diese Sachen auch ins Inventar tun. Weil die werde ich jetzt nicht mehr brauchen. Yay. Erstmal nicht. Ich denke immer nicht, dass ich so bald wieder Kinder bekommen tue hier. So, dann kann ich das auch weg tun. So. Sie sind Kinder. Sie können hier noch mit den Sachen spielen. Für Kleinkinder. Okay, das geht nicht. Ach, da spielt er schon Lul. Für Kinder und für Kleinkinder. Okay. Was praktisch schwierig wäre, wäre so, so ein Bett. Aber in einer anderen Farbe. So, ich brauche noch eins. So. Ich brauche noch eins. Schade, dass es nicht so ein besseres... Rot dafür gibt. Hm. Ja. Sonst bräuchten die eigentlich noch einen Schreibtisch oder sowas, ne? So. Das Ding da werden sie nicht verwenden tun. Das kann ich auch wieder hier in die Kiste packen dann. So, Einie. Einie bleibt bei ihr. Das ist ihr Plüschviech. Der kann sich ja hier hinstellen, so. Und er kann in das Spielzimmer. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich spiele alle mit dem mal. Und dann kommen sie immer wieder in ihr Zimmer rein und nerven sie. Obwohl sie gar keinen Bock hat. Hm. Sowas hätte ich gerne noch. Kann ich das so... Ah. Lull. Ich sollte aufhören, so früh Aufnahmen zu machen. Oder zu spät. Macht mich entweder müde morgens oder müde abends, hey. Blau, weil das gut dazu passt. Ich will jetzt nicht unbedingt links und rechts von den Betten irgendwie... Obwohl... Sollte ich das tun? Dann müsste ich den anders farbig machen. Und rot gibt's nicht, also lasse ich den blau... So, ne, dann lasse ich das auch. Gut. Haben die Kinder schon mal... Schöne... Schöne... Betten. Top. So, ja, Toilette. Toilette? Was macht dein Bruder? Ja, traurig. Vergissene Geburtstag. Egal. Egal. Was machst du eigentlich? Muss auch auf Toilette. Lull. Auf, ja. Auf, ja. So. Oh, ja. Die machen jetzt wenig Unterschied. Also hole ich einfach die beiden. So, und gebe denen dann auch jeweils eine direkt ins Inventar. So, können sie anfangen hier jetzt den Leuten die Meinung zu geigen. Hast du Bock dazu mal ein bisschen Geige zu üben hier? Du auch? Was machst du jetzt? Schlafen gehen, ne? Er sitzt hier schon stumpf. Denkt sich so, ich freue mich schon drauf. Oh Gott. Gute Nacht. Kein Spaß, was machst du da? Was macht dir denn Spaß? Hausaufgaben machten dir Spaß, habe ich gehört? Kreativität. Oh Gott, ich muss mich mal strecken. Schlimm, ey. Schlimm, ey. Okay, okay. 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 wie gut hat er in der Tasche, brauchst du auch nicht es ist so wunderschön was musst du jetzt, ach deine Hausaufgaben, er macht ja alle Hausaufgaben ich suche sie sehr angespannt, hast deine Hausaufgaben jetzt fertig gemacht ich bin zu angespannt, um etwas zu tun schwimmen gehen apropos schwimmen gehen wenn wir schon mal dabei sind und ein bisschen Geld noch haben so ein bisschen Geld könnten wir uns ja mal überlegen einfach mal nochmal 3 qm dazu zu kaufen 6 so jetzt haben wir einen eckigen Pool der ist eckig das ist doch schon mal zumindest etwas das ist doch schon mal zumindest etwas das ist doch schon mal zumindest etwas den kann ich verschieben, das ist cool achteckiger Pool ach guck mal vorgefertigt vorgefertigt ha ok das brauche ich alles noch nicht ich hätte gerne aber noch so steinkramm unten rum um den Pool ich weiß aber nicht genau was für ein steinkramm hier nein zu ich bin da jetzt hier ein bisschen und jetzt hier wird der Er sollte schon irgendwie eine anständige Umrandung rollen Er sollte nicht zu hässlich aussehen Oder ich mach das so Achso So vielleicht Kann ich was so machen? Oder sieht das zu scheiße aus? Hm Ich bin mir nicht so ganz sicher Ich glaube, dass ich das lasse Dann mach ich da doch lieber den richtigen Boden hin Aber irgendwas, was zumindest nicht so scheiße aussieht Wäre so ein heller Betonboden oder Steinboden Irgendwie sowas Wäre da wahrscheinlich schon nicht schlecht Aber nicht sowas Aber nicht sowas Das sieht doch recht gut aus für mich Allerdings Hätte ich den Pool gerne noch ein Stück breiter Wenn ich das gerade so sehe Wenn ich das gerade so sehe Wie wäre es denn... So Dann ist der nicht ganz so... Ach Ach Fäck Das wollte ich doch gar nicht Jo Was ist das? Mehrfarbige Poolleiste Hä? Achso Der Rand Ja das ist cool Dann nehme ich doch die Farbe hier Oder? Ja Was ist das? Wasser? Normal Oh what? Wir haben jetzt einen roten Pool Das Blut unserer Feinde Keine Ahnung Keine Ahnung Und Lampen Kann ich auch noch anbringen Einen Einstieg Einen Ausstieg Irgendwie sowas Was ist das hier? Oh lol Ist das so eine Verzierung für unten? Nee, freu nicht Wow Lampen für die Ecken Lampen für die Ecken Ist ein bisschen verrutscht Das geht nicht Aber hier so einen Einstieg würde ich gerne hier heranbringen Am besten Ja Ja Da Oh Das ist mir gerade ein bisschen zu krass Was ist das los? Okay Dann mache ich hier einfach mal weiter Was ist einer ihrer Wünsche? Eine Runde schwimmen Los Gönn dir Gibt ja sonst nichts geileres als mit in der Nacht schwimmen zu gehen Oder? Das ist der Einstieg da Und dann steigen sie auch da rüber ein Ja wow Man hat hier sehr viel Freiheit Freiheit Irgendwie Vielleicht mache ich den irgendwann nochmal ein Stück breiter Ich weiß auch noch nicht Das ist so weird in diesem kleinen Pool Traurig Traurig Ja Sei doch nicht so traurig Aha Da passiert was Sie hat einfach keinen Spaß dran Bei Hausaufgaben helfen Bei Hausaufgaben helfen? Nein Du setzt sich hier am Computer und spielst Bis du gute Laune hast Bis du gute Laune hast So, wo es Sims war War Du 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 Wixxu! Wixxu, komm! Wixxu, komm! Wo ist deine Geige? Junge, es ist deine Geige! Spiel sie! Hast du deine Geige auch oben stehen lassen, irgendwo? Ja. Kannst du den Haus so frei machen, ne? Den Wixxu, komm! Ach, komm! Komm! Komm!